Ho 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 und fröhliche Weihnachten wünscht euch Ekklesion. Es war ein verdammt interessantes und krasses Jahr irgendwie und unsere kleine YouTuber-Gemeinschaft, Familie, wie auch immer, wurde auch immer größer. Es sind beinahe 1000, was wirklich unglaublich ist für mich und ich bin stolz auf unseren Gruppenerfolg, den wir hier erzielt haben. Aber wir werden uns dann das eher gegen den richtigen Ende des Jahres noch genauer anschauen. Im neuen Jahr werde ich dann auch versuchen ein Video mal zu machen, um euch die Pläne für nächstes Jahr zu erläutern, was ich mir so alles vorgestellt habe. Wobei wir uns trotzdem auch überraschen lassen werden, weil man weiß ja nie wie Pläne dann im Endeffekt ausfallen werden. Außerdem hoffe ich, dass ihr jetzt zu Weihnachtszeit wirklich mit eurer Familie, mit euren Liebsten und natürlich mit euren Freunden verbringen könnt, euch gut auch ausruhen könnt und dann mit mir zusammen ins nächste Jahr gestärkt reinschreiten könnt oder reinrutschen könnt, wie man auch gerne sagt. Aber ich werde vorm neuen Jahr noch versuchen, ein richtig großes und bisschen besonderes zumindest für mich Special rauszubringen, was ich noch nie gemacht habe, was viel Arbeit auch bedeutet und ich hoffe, euch wird es dann gefallen. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann solltet ihr ungefähr wissen, wovon ich rede. Aber lasst euch einfach überraschen. Ich hoffe wirklich, dass es euch gefallen wird. Apropos Special oder Special eigentlich, ich habe da ein kleines Weihnachtsspecial für euch. Ja, ihr hört es richtig. Und zwar habe ich zusammen mit dem YouTube-Kanal Flying Controller und zwar wird der von zwei sehr netten und sehr coolen Jungs betrieben, mit dem Namen Adrian und Tobias, auch bekannt als Midblaze und Netfox. Und wir haben zusammen ein kleines Weihnachtsvideo aufgenommen. Insgesamt wäre es eigentlich eine Stunde lang, aber die Jungs, die haben es einfach unterteilt in zwei Teilen. Der erste Teil kommt am ersten Weihnachtstag raus und der zweite Teil am zweiten Weihnachtstag. Beide jeweils um 15 Uhr. Wenn ihr die schwarze Box anklickt mit dieser kleinen Beschreibung von wegen Klick hier und welche Musik hier gerade spielt, dann solltet ihr zum ersten Video auf jeden Fall gelangen. Ihr solltet aber auch in der Beschreibung die Links dazu dann finden, wenn die Videos dann draußen sind. Ich hoffe, euch wird diese Kollaboration gefallen. Vielleicht wird es in Zukunft mehr davon geben mit anderen Kanälen oder auch mit Flying Controller. Es kommt halt auf euch drauf an, ob euch sowas gefällt. Ich bin auf jeden Fall für sowas, für ein bisschen Cross-Promoting, denn es bringt uns alle ein bisschen näher zusammen und es macht unglaublich Spaß. Denn ihr werdet auch hören in dem Video, ich hatte meinen Spaß mit den beiden. Es war einfach witzig, vor allem wie wir einfach nur am Rumblödeln waren in dieser Weihnachtszeit in Guild Wars 2. Sonst hoffe ich, dass ihr weiterhin dabei sein werdet auf unserer Reise durch verschiedenste Videospiele, vor allem auch durch Guild Wars 2 und wahrscheinlich auch in Dark Souls von Dark Souls 2. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Eine schöne Woche noch und bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017